Tag 388 Heute gibt es eine Menge Nachrichten aus dem Osten. Nachdem sich die russischen Streitkräfte wieder auf die Erstimmung von Bachmut konzentriert haben, führen sie nun viele aggressive und riskante Einsätze durch. Obwohl sie bereits Anfang der Woche versucht hatten, den Fluss zu überqueren und am westlichen Flussufer Fuß zu fassen und dabei ihre besten Angriffseinheiten verloren hatten, versuchten die Wagner-Truppen erneut ihr Glück und statteten einen ähnlichen Angriff nördlich der Stadt. Zum Leidwesen der Russen wurden sie schnell entdeckt und mit Mörserfeuer und Granaten überwältigt, noch bevor sie den Fluss erreichten. Letztes Mal hatte ich euch berichtet, dass die Wagner-Kräfte ihren Schwerpunkt wieder auf die Eingreisung von Bachmut verlegt und den Druck auf die ukrainischen Stellungen in den Gräben vor der Straße nach Kromove erhöht haben. Ich habe euch auch berichtet, dass die Wagner-Truppen vor kurzem versucht haben, den Fluss zu überwinden und einen Keil zwischen die nördlichen und südlichen Teile der ukrainischen Truppen zu treiben, aber in der Nacht von ukrainischen Scharfschützen erwischt wurden. Die neuesten Berichte deuten darauf hin, dass die Ukrainer, nachdem sie diesen Sektor gesichert hatten, eine Reihe von Gegenangriffen starteten, wobei sie selbst den Fluss überquerten. Ein aktuelles Video zeigt, wie die Ukrainer die zerstörte Brücke in der Mitte der Stadt überqueren und in das Gelände eindringen, das derzeit unter ihrer Kontrolle zu sein scheint, sodass die russischen Streitkräfte noch immer nicht in der Lage sind, den kompletten östlichen Teil von Bachmut zu kontrollieren. Nichtsdestotrotz setzten die Wagner-Truppen ihre Versuche fort, den Fluss zu überwinden. Sie versuchten aus ihren Fehlern zu lernen und beschlossen, nicht den zentralen Teil von Bachmut mit seinen vielen hohen Gebäuden anzugreifen, sondern den Fluss vor dem Assom-Industriekomplex zu überqueren. Geolokalisiertes Filmmaterial zeigt, dass Wagner-Einheiten auf die kleine Brücke vorrückten, wahrscheinlich in dem Versuch, in den Bereich Fuß zu fassen, der wie ein Parkplatz mit vielen Garagen aussieht. Das Video zeigt, dass sie, sobald sie sich der Brücke genähert hatten, verheerenden Mörser- und Granatenbeschuss ausgesetzt waren. Die Hälfte des Trupps wurde schnell verwundet und versuchte, in Deckung zu gehen und Unterstützung anzufordern. Kurz darauf stieß das zweite Team zu ihnen und half bei der Evakuierung. Gleichzeitig veröffentlichte die ukrainische Seite ein Video, auf dem ein Soldat mit einem Granatwerfer in einer baumreichen Gegend von Bachmut zu sehen ist und es sieht so aus, als würden sie genau in dieser Region operieren. Im nördlichen Teil von Bachmut gehen die Kämpfe um den Assom-Industriekomplex weiter und bis jetzt hält die ukrainische Verteidigung hier stand. Ein ukrainischer Spähtrupp entdeckte hier vor kurzem einen Ort, an dem Wagner-Truppen Ausrüstungsgegenstände sammelten und veröffentlichte ein Video, auf dem zu sehen ist, wie eine ukrainische Mörser-Einheit dieses Lagerhaus in Abstimmung mit dem Drohnenpiloten beschießt. Infolgedessen verloren die Wagner-Truppen eines der nächsten Lagerhäuser für den Hauptangriff auf die Industrieanlage. Im südlichen Teil von Bachmut gelang es den Wagner-Kräften, neue Gewinne zu erzielen. Hier erreichten die Russen berichten zufolge den Waldrand und nahmen mehrere Straßen ein. Das Hauptziel der Wagner-Einheiten ist es hier, die südlichen und westlichen Gruppen der ukrainischen Streitkräfte zu teilen, um bessere Bedingungen für den Angriff auf den südwestlichen Teil der Stadt zu schaffen und Feuerkontrolle über die Landstraßen zu erreichen. Es ist schon eine Weile her, dass sie die Kreuzung erreicht haben, aber es ist unheimlich schwer, Gebiete mit hohen Wohnblöcken zu stürmen. Ihr Vorankommen hier stagnierte, weshalb sie in der Hoffnung auf neue taktische Möglichkeiten beschlossen haben, den Weg des geringeren Widerstands zu gehen. Im südlichen Teil der Region haben die Ukrainer bisher die aktivste Haltung eingenommen. Russische Quellen berichten häufig von lokalen ukrainischen Angriffen aus Ivanevske in Richtung des Waldes, der russischen Grabensysteme südlich des Dorfes und auch in Richtung Kleschiewka. Insgesamt halten die ukrainischen Streitkräfte Bachmut weiterhin erfolgreich und fügen den stärksten Angriffseinheiten der russischen Armee Verluste zu. In der Zwischenzeit gibt es viele Hinweise darauf, dass die Ukrainer auch weiterhin Kräfte für eine Gegenoffensive in dieser Region sammeln. Viele Videos, die in Konstantinivka und Josefja gedreht wurden, zeigen eine erhöhte Konzentration ukrainischer Truppen. Einige Quellen spekulieren, dass die Wetterbedingungen es den Ukrainern ermöglichen könnten, diesen Angriff gegen Ende nächster Woche zu starten. Allerdings könnten die Ukrainer noch etwas länger warten, da sich die ukrainischen Stellungen auf den Hügeln um Bachmut als erhebliches Hindernis für das Vorrücken der Wagner-Truppen erwiesen haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.